Eine neuwertige Drei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. Die Immobilie wurde 1909 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Die Immobilie wurde 1909 erbaut. Diese Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 109 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.645 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.